In diesem Video möchte ich gerade neu einsteigern oder Spielern mit relativ wenig Erfahrung in Crusader Kings 3 das Kriegswesen und die Kriegsführung etwas näher bringen. Das heißt, in diesem Video werden wir einige Themen behandeln, die gerade mit der Kriegsführung wichtige Elemente in sich tragen. Und deswegen werden wir das auch thematisch durchgehen, damit euer nächster Krieg wesentlich erfolgreicher wird, als es bisher war. Also es ist eine kurze Übersicht, über was wir reden werden. Allgemein auf was ihr achten solltet, wenn ihr einen Krieg erklärt. Dann wie die ganze Kampfmechanik funktioniert und was einzelne Charaktere dafür Auswirkungen haben, damit ihr da auch drauf achtet und nicht in eine Schlacht läuft, die euer gnadenloser Untergang wird. Fangen wir erstmal damit an, wie können wir überhaupt Krieg führen, wie können wir den Krieg erklären. Dafür brauchen wir einen Anspruch. Wenn ihr auf euren Charakter geht, seht ihr hier unten einen Anspruch. Wenn ihr einen Anspruch habt, der wird hier aufgelistet. Da steht dann genau dabei, was für ein Anspruch das ist. Der Kleinkönig Murat Mekdonach ist einer, der hat hier schon einen Anspruch auf das Königreich Irland. Das ist einer der Startcharaktere, die man auswählen kann, die einem empfohlen werden. Und man kann diesen Anspruch nutzen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Krieg zu führen, indem man abhängig davon, welchen Charakter man da hat und welche Religion und welche Kultur und alles Mögliche. Vielleicht hat man auch Leute am Hof, die einen Anspruch hat. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man da einen Anspruch bekommt. Ich habe euch oben rechts mal ein Video verlinkt, damit ihr euch das eben mal angucken könnt, wo ihr die Kriegsgründe und Ansprüche herbekommt. Aber auf was müssen wir achten, wenn wir eine Kriegsführung starten? Also wenn wir einen Krieg starten wollen, ist erstmal wichtig zu gucken, wie ist unsere eigene Lage. Das heißt, hier sehen wir unter anderem unsere militärische Stärke. Das heißt, wir gehen hier drüber mit dem Maus und sehen dann diesen Tooltip. Da steht dann, dass wir Aufgebote von insgesamt 573 Leuten haben und 6 Rittern. Das ist erstmal so wichtig. Dann sollten wir uns angucken, welches Land wir angreifen. Wir nehmen mal jetzt hier Desmond. Das könnten wir rein theoretisch angreifen. Und die haben 238 Soldaten, also Aufgebote. Was heißt, dass wir erstmal mehr haben? Was ja schon mal gut zu wissen ist. Das könnt ihr hier überall nachschauen, wie das aussieht. Wichtig dabei ist noch zu wissen, dass es sein kann, dass die Leute noch Bündnispartner haben. Das würde dann hier angezeigt werden. Das würde dann hier geteilt werden. Und dann würde dabei stehen, hat Bündnispartner XY. Und darauf sollte man achten. Denn das ist auch nochmal wichtig, um zu gucken, wie viele Einheiten der Gegner da hat. Nachdem wir geguckt haben, wie viele Einheiten wir haben, sollten wir mal gucken, wie wir unsere Armee aufbauen. Denn hier oben rechts in der Militärsicht können wir hier unser Kriegsvolkregiment erschaffen. Abhängig davon, wie groß unser Herrscher da ist. Wir sind ja hier ein Herzog. Davon abhängig können wir halt eine Anzahl von Kriegsvolk aussehen. Das sind spezielle Einheitentruppen, die wir selbst quasi erstellen können. Da klicken wir drauf. Dafür brauchen wir aber Geld. Und es gibt verschiedene Eigenschaften, also beziehungsweise verschiedene Gruppen von Regimentern, die wir erschaffen können. Das ist ebenfalls abhängig davon, wie weit unsere Kultur ist. Also wir können ja hier unten hier nachschauen, was alles erforscht worden ist. Und es ist auch ein bisschen davon abhängig, wo wir geografisch sind, kulturell uns zugehören. Das gehört alles ein bisschen dazu. Denn es gibt auch die Möglichkeit, Kriegselefanten auszuheben. Ich glaube, Kamelreiter gibt es auch. Abhängig davon, wo man ist, gibt es da eben verschiedene Einheiten, die verschiedene Vor- und Nachteile haben. Wir können dann auf eine dieser Einheiten klicken und dann hier unten auf Erschaffen klicken. Aber auf was müssen wir achten, was bedeuten die verschiedenen Kennzahlen und für was sind die zu haben? Eine wichtige Sache ist schon mal, wenn ihr vorher, also wenn ihr noch keinen Krieg geführt habt und ihr seid euch nicht sicher, welche Einheiten da ganz gut sind, dann solltet ihr auf jeden Fall erstmal eure Nachbarn etwas genauer untersuchen, indem ihr beispielsweise auf ein Land draufklickt, dann über die Einheiten schwebt und dann unter den Aufgeboten wird normalerweise auch ihr Kriegsvolk-Regiment aufgezählt. Das heißt, in diesem Falle würde dann jetzt hier beispielsweise stehen gepanzerte Ritter oder irgendwie sonst was. Eine dieser Sachen, die jetzt hier wären. Beispielsweise nehmen wir an, da stehen Bogenkämpfer 100. Dann wisst ihr ja, die haben zusätzlich 100 Bogenkämpfer. Was wichtig ist zu wissen, denn die haben verschiedene Bonis, die wir nutzen können. Und es gibt Einheiten, die andere Einheiten kontern. Deswegen wäre es gut, wenn ihr Einheiten nutzt, die da auch genutzt werden können und nicht auf einmal da in einen Hinterhalt landet. Wir haben hier zwei Einheiten, die Magunellen und Onaga. Dazu gibt es noch ein paar andere, die ähnlich aufgebaut sind. Das sind Belagerungswaffen. Hier seht ihr, das erhöht den Belagerungsfortschritt. Das heißt, diese Einheiten sind besonders gut, wenn ihr belagern wollt. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Aber im reinen Kampf haben die keinerlei Auswirkungen, soweit ich weiß. Deswegen nur für Belagerungsarmeen ist das wirklich ein guter Punkt. Aber nicht für den Kampf an sich. Und dann haben wir noch hier gepanzertes Fußvolk, Pikeniere, Bogenkämpfer, leichte Reiterei und leichtes Fußvolk. Und die haben verschiedene Werte. Wir haben hier diese vier Werte, die folgendes bedeuten. Wir haben einmal den Schadenswert. Logischerweise ist das die Anzahl an Schaden, die diese Einheit verteilt. Die Zähigkeit ist quasi das, was eine Einheit verteidigen kann, also was sie aushält. Verfolgung bedeutet, das ist der Angriffswert in der letzten Phase einer Schlacht, also in der Rückzugsphase. Und Abschirmung ist quasi das, was sie aushalten können in der letzten Phase einer Schlacht. Dazu kommen wir gleich, was das mit diesen Schlachtphasen auf sich hat. Aber das sind die Kennzahlen. Ihr könnt das jetzt hier auswählen, beispielsweise leichtes Fußvolk oder leichte Reiterei. Die haben hier unterschiedlichste Art und Weisen, was da dabei steht. Wir sehen beispielsweise, Pekiniere und Bogenkämpfer haben keinerlei Verfolgung oder Abschirmung. Pekiniere genauso. Gepanzertes Fußvolk ebenfalls. Die einzigen, die das haben, sind leichtes Fußvolk und leichte Reiterei, weil das die einzigen Einheiten sind, die quasi so hinterherkommen. Die sind schnell genug, um hinterherzukommen. Am stärksten natürlich die leichte Reiterei. Macht auch Sinn. Wir haben aber noch andere wichtige Sachen. Wir sehen erstens mal, was für eine Art das ist. Das sind Plänkler. Hier sehen wir beispielsweise leichte Reiterei. Bogenschützen, schweres Fußvolk, Speerträger, damit wir wissen, was für eine Art von Einheit das ist. Und wir sehen, was für eine Art das Ding hier kontert. Wir sehen, leichtes Fußvolk kontert die Art schweres Volk. Also schweres Fußvolk. Das heißt, leichtes Fußvolk hat einen Vorteil gegenüber schweres Fußvolk. Schweres Fußvolk hat einen Vorteil gegenüber Speerträger. Speerträger hat einen Vorteil gegen leichte Reiterei und schwere Reiterei. Bogenkämpfer haben einen Vorteil gegen Plänkler. Und leichte Reiterei haben einen Vorteil gegen Bogenschützen. Und so weiter und so fort. Da gibt es, wie gesagt, noch andere Arten. Und deswegen sollte man aufpassen, dass man die richtigen Einheiten auch gegen die richtigen Typen benutzt. Wenn ihr da zu sehr in den Hinterhalt kommt, kann das sehr, sehr negativ für euch enden. Das ist auf jeden Fall erstmal wichtig. Gucken wir mal weiter, was es sonst noch gibt. Wir haben hier noch die Gelände-Effekte. Denn die Einheiten haben unterschiedliche Stärken in verschiedenen Geländen. Beispielsweise das leichte Fußvolk ist besonders gut im Wald. Da kriegen sie zusätzlich plus vier Schaden und plus sechs Zähigkeit. In der Taiga ebenfalls und im Dschungel. Das heißt, in solchen bewaldeten Gebieten sind die gut einzustellen. Bei der leichten Reiterei kann man es noch ein bisschen besser erklären. Die leichte Reiterei hat in der Ebenen, in der Trockengebieten positive. Das heißt, die kriegen hier 15 Schaden dazu. Aber haben hier negative Punkte in Hügeln, in Bergen, in Bergwüsten, in Feuchtgebieten und im rauen Winter. Das heißt, auch ein bisschen darauf achten. Ich würde euch nicht empfehlen, wenn ihr im gebirgigen Gelände lebt, eine leichte Reiterei aufzubauen. Ich denke, das ist aber selbsterklärend. Und das gibt es halt hier auch nochmal anders. Wir sehen hier beispielsweise, die Bogenschützen sind sehr gut in den Hügeln einzusetzen. Die Pikeniere sehr, sehr gut in den Bergen oder Bergwüste. Die gepanzerten Fußvolken haben da keinerlei Vorteile. Und ansonsten haben wir noch hier Unterhalt. Das heißt, das bezahlt ihr monatlich. Und das ist die Summe, die ihr bezahlt, wenn sie nicht ausgehoben sind. Das heißt, ihr solltet darauf ein bisschen achten. Wir könnten jetzt hier eins auswählen. Und wir könnten das rein theoretisch, also am Anfang haben die 100 Einheiten. Und wir können die Größe später immer weiter aufstocken. Das heißt, wir müssen hier nicht nochmal draufklicken, um ein neues auszuwählen. Sondern wir können die bestehende Einheit auch wieder ausheben. Das auf jeden Fall dazu. Dann haben wir die Ritter. Die Ritter sind unsere Befehlshaber. Die wichtig sind im Kampf. Die kämpfen gegen andere Befehlshaber. Kämpfen aber auch ansonsten so mit. Wir sehen hier beispielsweise, wir haben hier keine guten Befehlshaber. Ihr solltet schauen, dass die auf jeden Fall mindestens über 10 sind. Alles drunter ist wirklich schlecht. Der Befehlshaberwert ist das hier. Also dieses Kampfgeschick. Unser König beispielsweise hat auch nur ein Kampfgeschick von 5. Das wird beeinflusst von verschiedenen Werten. Wichtig dabei ist in den Kämpfen, dass sie vielleicht hier solche Befehlshabereigenschaften haben. Hier beispielsweise er hat leichtsinnig. Das heißt, der minimale Schlachtwurf ist minus 4. Der maximale Schlachtwurf ist plus 6. Das ist ein wichtiger Punkt. Also diese Schlachtwürfe sind wichtig in den Kämpfen. Hier hat er beispielsweise Logistiker. Das heißt, die Versorgungsdauer ist höher. Was sehr schön ist. Und ansonsten haben die alle wahrscheinlich keine weiteren Fähigkeiten. Doch er hier hat noch Organisator, was Bewegungstempo ein bisschen höher macht. Okay. Die Ritter auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Das sind unsere Höflinge, Vasallen. Kann alles Mögliche sein. Sollten aber auf jeden Fall gute Kämpfer sein. Ansonsten wird es sehr, sehr schwer. So ein Befehlshaber kann sehr viel ausmachen. Wir können rein theoretisch Söldner ausheben. Die kosten aber Geld. Also ein bisschen drauf achten. Die haben auch eine gewisse Anzahl an Truppen. Und wie gesagt, kosten Geld. Die sind aber nur für den Kampf da. Wir sehen auch, wie die aufgebaut sind. Hier sehen wir beispielsweise, die haben hier zu sehr... Also von diesen 840 Leuten sind 359 leichtes Fußvolk. Hier beispielsweise auch 359 Pekingäre. Hier haben wir gepanzertes Fußvolk. Also ein bisschen drauf achten. Kriegerorden ist später wichtig für die Kreuzzüge. Die kämpfen nämlich nur gegen Andersgläubige. Das heißt also, ihr könnt die nicht benutzen, jetzt um hier beispielsweise in Irland hier gegen eure Nachbarn vorzugehen. Außer die sind jetzt halt jetzt am anderen Glauben. Aber ansonsten eher nicht. Das auf jeden Fall dazu. Ihr könnt Sammelpunkte erstellen hier unten, indem ihr hier drauf klickt. Und dann könnt ihr irgendwo hinstellen, wo ihr das wollt. Beziehungsweise ihr könnt das hier so machen. Und dann macht ihr hier... Ah ne, ihr müsst... Das hier ist unser aktueller Sammelspunkt. Der ist immer auf der Hauptstadt. Und wenn ihr hier auf das Plus drauf klickt, könnt ihr noch einen weiteren Sammelpunkt machen. Jetzt haben wir hier beispielsweise einen Sammelpunkt. Ist vielleicht interessant, falls euer Land über... Ja, sagen wir, wir haben hier ein Land und wir haben hier ein Stück Land. Und wir müssen aber jetzt hier kämpfen, dass die dann eher hier ausgehoben werden, als dass sie da sind und wir sie noch verschiffen müssen. Hier unten könnt ihr das Ding dann auch wieder entfernen. Dann wird das hier ausgehoben. Genau. Das erst mal dazu zum Militär, wie das aufgebaut ist. Wie gesagt, in diesem Falle würde ich euch empfehlen, euer Land euch erst mal anzuschauen. Wir sehen, wir haben hier Feuchtgebiete. Ebenen. Was haben wir hier im Nachbarland? Haben wir ebenfalls Ebenen. Das sieht auch nach Feuchtgebieten, 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 Ebenen. Relativ flach, außer hier. Hier haben wir ein paar Hügel. Also Feuchtgebiete wäre schon mal eine Sache, wo wir darauf achten müssen. Ich glaube, die leichte Reiterei hatte seine Probleme mit den Feuchtgebieten. Genau. Also Reiterei wäre hier in dem Falle schon mal keine so gute Sache, weil die hier wirklich negativ auffallen. Deswegen gucken, ob wir da irgendwo einen Bonus rausholen können. In diesem Falle aber eher nicht. Das heißt, wir sollten hier auf jeden Fall nachschauen, dass wir die anderen Einheiten kontern können. So, und wie sieht das jetzt aus mit den Schlachten? Auf was müssen wir achten? Wir klicken mal hier auf Krieg erklären, erklären ihm hier den Krieg. Sie sind unterlegen. Sie haben wenige Einheiten. Allgemein kann man sagen, wenn man mehr Einheiten hat, ist man im Vorteil, als wenn man weniger Einheiten hat. Das heißt aber nicht schlussendlich, dass man automatisch gewinnt, wenn man eben eine gewisse, größere Armee hat. Oder wenn man eine kleinere Armee hat, dass man dann automatisch verliert. Da gibt es viele Sachen, die dann noch wichtig sind, wo man taktisch ein bisschen dran arbeiten kann. Aber trotzdem solltet euch eher gewiss sein, dass ihr mehr Einheiten habt und danach dann auch ein bisschen drauf achtet. Also wir haben die Einheiten jetzt ausgehoben. Die werden jetzt hier ausgehoben in der Hauptstadt, weil hier unser Sammelpunkt ist. Wir sehen dann hier unsere Armee. Wir lassen mal ganz kurz weiterlaufen, damit wir die Armee dann vollständig haben. 582. Wir sehen hier, dieses Zeichen ist die Güte-Klasse. Das ist abhängig davon. Also das zeigt, wie edel die Armee ist. Ich glaube, umso mehr Regimenter drin sind, umso schlechter wird es. Also die Güte. Irgendwie so war es gewesen. Genau. Oder nee. Wenn da mehr Aufgebot drin ist, umso schlechter wird es. Also muss man da ein bisschen drauf achten. Also umso besser die Güte, umso besser für die Armee an sich. Ja, wir sehen hier verschiedene Sachen. Wir sehen hier unsere Anzahl unserer Truppen. Wir sehen unser Aufgebot und unsere Ritter. Da sehen wir das beispielsweise hier zehn Ritter mitkämpfen. Der Großteil ist einfach nur super schlecht. Wir sehen hier unsere Zermürbung. Das ist abhängig von der Versorgungslage. Das heißt, wenn wir jetzt beispielsweise in der Wüste oder in den Bergen oder irgendwie sonst was kämpfen, kann die Zermürbung sehr hoch sein und unsere Truppen wegmachen. Da sehen wir hier beispielsweise, hier sehen wir unsere Vorräte. Da wir im verbündeten Gebiet sind, kriegen wir da immer 20 Vorräte dazu. Das heißt, unsere Truppen haben da keine Sorge, dass sie jetzt irgendwie verhungern müssen oder irgendwie sonst was und dann Einheiten verlieren. Genau. Wir können hier unseren Befehlshaber auswählen. Aktuell sind wir der Befehlshaber. Wir sehen unseren Befehlshaber-Vorteil, woher dieser Vorteil kommt. Wir sehen, wir haben 27, was tatsächlich nicht schlecht ist, wegen unserem Kriegsführungswert. Führt eigene Truppen an und niemals aufgeben. Das ist ein Vorzug, den wir haben. Das kommt halt eben hier von Kriegsführung. Das ist da drauf gerechnet worden. So. Genau. Und deswegen kommen wir auf 27, weil da eben, wie gesagt, diese ganzen Bonis drin sind. Das heißt, wir sind tatsächlich hier der beste Kämpfer. Muss man aber ein bisschen drauf achten. Nicht, dass unser König da kaputt geht. Wir sehen, bei den anderen Sachen ist das eher so ein bisschen schwierig. Genau. Und der Kampfgeschick ist wichtig in dem einzelnen Kämpfen. Aber 27 ist an sich erstmal nicht schlecht. Wir stehen jetzt aktuell, wir könnten hier die Armee wieder auflösen. Wir könnten die Truppen ausgliedern, falls da besondere Truppen sind. Wir könnten uns an einer anderen Armee anschließen, eine neue Abteilung erstellen oder halbieren. Jetzt kommt es drauf an. Was sind die wichtigen Sachen bei einer Armee, wenn wir in die Schlacht führen? Wichtig ist das Gelände, denn das Gelände hat Einfluss darauf, wie die Schlacht läuft. Wir können drauf schauen, um zu gucken, wie das aussieht. Wir sehen hier immer die Modifikatoren für die Angreifer und für die Verteidiger. Da sehen wir beispielsweise im Feuchtgebiet gibt es für die Angreifer sowohl Verluste bei den Rückzügen, als auch bei den Verteidigern. Da sehen wir auch noch die anderen Effekte, wie militärische Effekte, Bewegungstempo ist ein bisschen reduziert. Die Schlachtbreite ist bei 60 Prozent. Vorteil für die Verteidiger. Wichtig sind auch Flüsse. Wenn ihr einen Fluss überquert, dann habt ihr einen Malus. Wenn ihr über die See angreift, dann habt ihr ebenfalls einen Malus, der noch ein bisschen größer ist. Also immer ein bisschen drauf achten. Wir hatten hier irgendwo einen Hügel. Haben wir den Hügel hier? Hallo, ich möchte das Gebiet hier gucken. Ne, das ist eine Ebene. Ebene haben quasi gar keinen Effekt. Also Ebene ist perfektes Gelände, um so ganz normale Schlacht zu schlagen. Hier haben wir einen Hügel. Da sehen wir beispielsweise militärischer Effekt, Bewegungstempo 80 Prozent, Schlachtbreite 80 Prozent, Vorteilverteidiger plus 5. Bei Bergen ist das nochmal krasser. Wir können ja mal kurz hier nachschauen. Bären hier, Berge, militärischer Effekt, Bewegungstempo 50 Prozent, Schlachtbreite 50 Prozent und Vorteilverteidiger 12. Das kann ganz schön heftig sein. Was bedeuten diese Zahlen, diese 5 und 12? Das ist wichtig für den Kampf. Wir lassen mal ganz kurz weiterlaufen, damit wir sehen, wo die Truppen sind. So, da haben sich die Truppen gebildet. Die stehen im Feuchtgebiet. Das heißt, wir nehmen einfach mal unsere Truppen, ganz stupide, und schicken die da rein. Jetzt nicht groß drüber nachgedacht. Wir sehen in 20 Tagen, also hier sehen wir immer dieses Schlachtzeichen. Das zeigt ungefähr, wie die Schlacht ausgehen wird. Und da steht, wir werden einen entscheidenden Sieg erringen. Da sehen wir, woran das liegt. Wir sehen, wir haben einen besseren Befehlshaber, wir haben mehr Armeebefehlshaber-Eigenschaften und mehr Truppen. Gleichzeitig haben die anderen aber den Vorteil der Feuchtgebietsverteidigung. Das heißt, wir haben ja gesehen, hier haben die einen Vorteil von plus 5 bei den Würfelergebnissen. Was sehr, sehr wichtig ist. Wir gehen trotzdem da mal rein. Kann sein, dass wir jetzt da komplett gnadenlos niedergemetzelt werden. Aber wir gucken uns das mal an, damit ich euch das ein bisschen erklären kann, wie das genau abläuft, so eine Schlacht. Und, ja. So. Die Schlacht hat angefangen. Wir sind jetzt im Schlachtbildschirm und wir sehen hier auf der linken Seite unsere einen, also unseren Truppen mit unserem Befehlshaber und den gegnerischen Befehlshaber. Hier sehen wir unseren Wert, 27 und hier den Wert des Gegners. Der hat nur 14, ist also nicht so gut. Von daher ist das erstmal kein Problem. Wir sehen hier unsere Truppenanzahl. Wir haben 582, hier die von Gegner. Hier sehen wir, wie viele geflohene Verluste da sind. Und hier sehen wir die relative Stärke nochmal. Und sehen da auch nochmal, dass hier die Feuchtgebiete quasi dazu führen, dass eine Schlachtbreite von 253 da sind. Das heißt, die Schlachtbreite gibt an, wie viele Einheiten überhaupt damit in diese Schlacht vorne kämpfen können. Hier unten sehen wir übrigens noch, dass wir hier die Eigenschaft leichtsinnig haben, die unseren Würfelwurf beeinträchtigen. Befehlshaber-Eigenschaften sind sehr, sehr wichtig. Da gibt es verschiedene. Und das läuft wie folgt ab. Es gibt eine Manöverphase am Anfang, dann gibt es eine also das sind die Manöverphasen. Es gibt eine Anfangsphase, es gibt eine Mittelfase, dann gibt es eine Sturmphase oder so und dann gibt es die Rückzugsphase. Abhängig davon, welcher Phase man ist, machen die unterschiedlich Schaden, haben wir ja gesehen. Und unterschiedliche Einheiten greifen da dann quasi an. Wir sehen auch, dass wir hier kein Kriegsvolk haben. Die haben nur 5 Ritter, 12, 9, 7, 7, 4. Wir haben 10 Ritter. Ja, da sind die trotzdem ein bisschen besser aufgestellt. Und hier sehen wir unseren Vorteil. Wir sehen, wie der Vorteil berechnet wird. Unser Schaden steigt um 16%. Unser Vorteil allein durch den durch die Befehlshaber sind 27 und auf der Gegnerseite hier wegen der Feuchtgebiets Verteidigung haben die nochmal plus 5 dazubekommen. Ansonsten wären die hier ein bisschen schlechter. Und hier sehen wir immer unseren aktuellen Wurf. Das können wir uns ja mal anschauen. So, wir haben jetzt hier einen Wurf gelandet und dieser Wurf ist echt katastrophal. Wir haben minus 3 gewürfelt. Also wir könnten rein theoretisch minus 4 werfeln, werfeln, genau, würfeln oder 16. Also 16 wäre da schon wesentlich besser. Wir können also normalerweise von 0 bis 10 glaube ich und dadurch, dass wir leichtsinnig sind, können wir sowohl ein bisschen drüber als auch ein bisschen drunter werfen. haben hier minus 3 gewürfelt. Was dann dazu führt, dass hier die Zahl sich ändert. Da steht dann hier beim Vorteil minus 3. Und die haben eine 10 gewürfelt, also den höchstmöglichen Wurf. Wir sehen, dass auch hier schon Truppen abhauen. Das heißt, aktuell haben die Gegner einen Vorteil und machen jetzt Schaden. Und das geht dann so weiter, bis die Phasen alle wieder durch sind. Da sehen wir jetzt aktuell, dass wir da relativ viel Schaden machen. und jetzt ist die sogenannte Rückzugsphase. Das heißt, die Einheiten jagen quasi die anderen Einheiten nach und versuchen jetzt irgendjemanden zu bekommen. Und vielleicht haben sie das ja auch geschafft. Wir pausieren und bekommen jetzt hier oben einen Schlachtbericht. Da können wir uns das nochmal anschauen. Da sehen wir, wie viele Einheiten verloren gegangen sind und wie viel überlebt haben. Hier sehen wir auch die anfängliche Armeekröße, wie das jetzt aussieht. Wir sehen beispielsweise, wir haben auf der Gegnerseite 104 Einheiten besiegen können und haben selber welche verloren. Wir haben hier verschiedene Statistiken, die wir uns angucken können. Die Toten, da sehen wir beispielsweise, haben wir irgendwelche Ritter verloren? Ne, haben wir nicht, aber von den Aufgeboten haben wir verloren. Wir können Verluste nachschauen, das heißt, wir sehen, wie viele Verluste wir da haben. Und Regimentstyp zeigt halt an, welche Typen wir da haben. Wir können auch anschauen, wie die verschiedenen Phasen abgelaufen sind. Und hier ist noch ein wichtiger Button, Ritter. Da sehen wir nämlich, welche Ritter hier gekämpft haben und ob sie vielleicht jemand anderen verletzen konnten oder vielleicht gefangen genommen haben oder so oder vielleicht sogar getötet, was auch noch wichtig ist. So, wir haben die Schlacht auf jeden Fall geführt. Wie kriegen wir einen Kriegsstand hoch? Durch Schlachten beispielsweise oder besetzen? Wir sind jetzt hier und müssten jetzt zehn Monate warten, bis wir das Gebiet besetzt haben. Wie können wir einen Krieg beenden? Indem wir hier auf 100% kommen, damit wir unsere Forderungen durchbringen können. Oder wir gehen halt eben auf den Weißen Frieden. Dann kriegen wir aber nichts. Also nicht unser Ziel. Es wird ein bisschen Prestige rumgeschoben. Aber wir könnten Kriegsstand kriegen wir hoch durch Schlachten und Besetzungen. Und bei den Besetzungen sind natürlich die wichtigen Besetzungen wie die Hauptstadt und die Hauptbesitz Grundtümer des jeweiligen Gegners wichtig. Und ansonsten gibt es noch Möglichkeiten, wie man den Krieg schneller besiegt, indem man beispielsweise bestimmte Personen gefangen nimmt. Wenn man beispielsweise den König gefangen nimmt, ist der Krieg automatisch vorbei, beziehungsweise ist dann auf 100% oder die Grafen, je nachdem was ist den Herrscher, kann man dann relativ schnell das dann hinbekommen. Wie kann man jemanden gefangen nehmen? Entweder weil er in der Schlacht mitkämpft oder weil man eine Belagerung fortsetzt. Wenn wir diese Belagerung fortsetzen, kann es gut sein, dass wir den einen oder anderen festnehmen. Hier sehen wir auf jeden Fall, wie das aufgebaut ist. Da gibt es Ereignisse, die das verschnellern können. Wir sehen wir haben Belagerungs Fortschritt plus 1,0. Hätten wir jetzt Belagerungs Waffen, würden die jetzt nochmal zusätzlich was da machen. Es gibt ab und zu Ereignisse, die das noch mal ein bisschen beeinflussen. Wichtig wie gesagt bei den Schlachten, ihr habt es ja gesehen, gibt es verschiedene Sachen, auf die wir achten müssen. Gelände ist wichtig, die Befehlshabeeigenschaften, also diese Eigenschaften hier, wie beispielsweise leichtsinnig, hatte er eine, ich glaube nicht, haben wir hier irgendwo einen, der vielleicht hier, er hier hat beispielsweise noch Plünderer, also die Überfalltempo und Feindesland Zermürbung ist da nochmal ein bisschen anders, genau, also da gibt es verschiedene Sachen, die das nochmal beeinflussen, wichtig ansonsten, ob ihr über einen Fluss angreift, wenn ihr über einen Fluss angreift, kriegt ihr einen Malus, das gilt aber auch umgekehrt, also wenn ihr beispielsweise weniger Truppen habt, versucht euch in die Berge zu ziehen, versucht dass sie über einen Fluss angreifen müssen und ja, bleibt da standhaft stehen, das könnte funktionieren, wird trotzdem schwierig, aber könnte funktionieren und zumindest Schmerzen zufügen, ansonsten noch wichtig, was neu dazugekommen ist, ist der Winter, das heißt im Winter hat das nochmal negativere Auswirkungen, haben wir einen Kartenmodus der das zeigt, ich glaube wenn wir hier beispielsweise Winter haben, das ist die Härte normal, aber wenn wir da wirklich im tiefsten Winter sind, ist es glaube ich wirklich milder Winter, okay, der Winter hat auf jeden Fall da auch seinen Einfluss da drauf, wenn wir da einen starken Winter haben, von daher sollte man da auch ein bisschen drauf achten, dass man da nicht gut, wir sind hier auch erst im November, dass man da auch nicht anfängt anzugreifen, wenn wir da im tiefsten Winter sind und wir da keine Möglichkeiten haben, es gibt natürlich noch Eigenschaften, die verschiedene Sachen nochmal verbessern, es gibt Leute, die in der Wüste gut kämpfen können, es gibt Leute, die im Winter gut kämpfen können, aber das sollte eigentlich alles zum Kriegswesen sein, das sind eigentlich die elementaren Sachen, ich hoffe ich konnte euch da weiterhelfen, falls euch Crusader Kings 3 weiter interessiert und ihr gerne mehr Videos dazu sehen wollt, dann würde es mich freuen, wenn ihr vielleicht länger auf dem Kanal bleiben würdet, ihr könnt den Kanal kostenlos abonnieren, falls euch das Video weiter geholfen hat, dann hoffe ich doch, dass ihr eine Bewertung da lasst und ich würde mich darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet, das war es von eurem